Die rot-weiß-roten Tücher, die wir dabei halten werden heute, stehen symbolisch dafür, was uns alle verbindet, unsere gemeinsame Heimat Österreich. In Kooperation mit der islamischen Glaubensgemeinschaft, der uns benachbarten römisch-katholischen Pfarrer Bruckhaufen und Vertretern anderer Glaubensgemeinschaften, wollen wir hier und heute ein weiteres Zeichen setzen. Dieser soll unseren großen Willen bekunden, dass wir als Bürgerinnen und Bürger dieses wunderschönen Landes Österreich mit all seiner Vielfalt der Kulturen, Religionen und Weltanschauungen miteinander in Frieden, Respekt und Toleranz leben wollen. Untertitelung des ZDF, 2020